Danke. Gumball, ich bin gekommen. Hast du geweint? Nein, ich hab nur schwitzige Augen. Halt, das ist eklig. Ja, ich hab geweint. Ich wollte dir sagen, ich werde die Schule wechseln. Dad hält es für das Beste. Wie bitte? Was? Entschuldige meinen Ausdruck, aber das ist Rindvieh Mist. Es ist nicht das Beste, das dir verboten wird, zu sein, wie du wirklich bist. Sei du selbst. Komm aus deiner Schale raus. Aber vielleicht magst du mein wahres Ich nicht. Das wird nicht passieren, das schwöre ich. Was auch zum Vorschein kommt, wir zwei gehen gemeinsam damit um. Gemeinsam? Gemeinsam. Du hast recht. Du hast ja so recht. Ich werde es tun. Ja, genau. Mach dich frei, Penny. Ja, gut. Ich werde es ich selbst machen. Donnerwetter. Das ist... Du siehst... Du siehst so... Was? So schlecht? Nein, du siehst... Äh... Ich sehe hässlich aus, nicht wahr? Nein, Penny, ich finde dich... Sieh mich an! Ich bin ein Monster! Nein, Penny, warte! Du bist... ...etwas Besonderes. Nein! Ein tragisches Missverständnis! Das hätte vermieden werden können, wenn er nur seinen Satz rechtzeitig beendet hätte! Penny, bitte warte! Gumball! Penny, lass mich doch mal ausreden! Bitte, hör auf zu rennen! Mein Pulli ist schon total nass geschwitzt! Bitte, bitte! Bitte bleib stehen! Ich kann nicht mehr! Gib dir keine Mühe! Du hast genug gesagt! Könnte denn jemand das hier lieben? Ah! Harold, tu doch was! Keine Sorge, Schatz! Ich kümmere mich darum! Oh! Hallo? Ist das der Kammerjäger? Ja, ja, ich brauche Hilfe! Wie es aussieht, wie eine hässliche Kuh auf Steroiden! Aber... noch hässlicher! Oh! Penny, komm zurück! Ich bin hässlich! Ich bin ein hässliches Schwein! Du bist aus deiner Schale herausgekommen! Ja, und sieht sie nicht fantastisch aus? Was hast du getan? Du hast ja aus ihr eine irre... Äh, ein irre hübsches Mädchen gemacht! Sieht aus wie ein Eber! Ein Ebenbild von Schönheit! Haha, stimmt absolut! Aber meine Tochter sieht aus wie ein Monster! Stark! Ein... wunderschöner! Gumball! Bitte sag meinem Vater, dass das Monster zukünftig im Wald leben wird mit all den anderen Biastern! Hm, ja... Was? Warum ist meine Tochter wohl traurig, nachdem ich sie als hässlichen Eber bezeichnet habe? Bei allem Respekt! Aber ich muss sie bitten, die Klappe zu halten! Benutzen Sie ihr Hörn! Ihnen ist doch wohl klar, dass Sie Unrecht hatten! Aber nur nicht verzweifeln! Vater zu sein ist nicht leicht! Und jetzt hoch mit der Motorhaube! Ich werde dich nicht gehen lassen! Nein, du wirst verletzt werden! Oh, Penny! Höher! 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 Aber lass los! Lass mich gehen! Was kümmert's dich? Ich bedeute dir jetzt nichts mehr! Weißt du was? Vielleicht hast du recht! Du bedeutest mir nichts! Hast du gehört? Du bist ein Nichts! Ich wusste es! Ich wusste es! Nein, das hab ich nur gesagt, damit du schrumpst! Kammerjäger! Aus dem Weg! Hey Junge! Verlier sie nicht! Stopp! Ich befehle Ihnen zu stopp! Oh, heiliger Bimbam! Das tut mir außerordentlich leid, ma'am! Willkommen zu, Herr Schwagen! Sie haben mich angeschossen! Dann helft man diesem Kerl an die Lektionsvorteilen! Gib nicht auf, Gamble! Rette das Biss! Penny! Penny! Du weißt, dass ich vorhin nur versucht habe, dich zu beschützen! Ja, ich weiß! Weißt du auch wieso? Ja, natürlich! Aber sieh mich doch an! Wie warst du erst hier gehen, wenn die Leute uns ausschlagen? Weißt du was? Vorher hast du ungefähr so ausgesehen wie eine große Kokosnuss mit Löchern! Aber glaubst du wirklich, du könntest das lieben? Das! Hallo, das bist du nicht! Es ist nur das, was du fühlst! Hey, und so fühle ich! Penny! Dein Dad will doch nicht, dass du zu mir kommst! Ja, genau! Deshalb habe ich Mom gefragt! Cool! Willst du noch mit mir lernen? Ich kenne dieses Mittelalter-Kram in und... Nimm das, du zänkischer Stoffel! Tobias? Ich verlange Satisfaktion! Wofür? Für das stillende Hand meiner Versprochenen! Was zur Hölle soll das, Mann? Ich verlange ein Duell! Ich will kein Duell! Lass uns in Ruhe! Ich mache das nicht! Wenn ich das mache, dann lässt du uns in Ruhe, ja? Ha, 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 ha! Nur wenn du gewinnst! Wenn du verlierst, ist Lady Penny mein! Vergiss es! Ja! Hast du vielleicht auch mal an Pennys Gefühle gedacht? Mit der Zeit wird sie lernen, mich zu lieben! Werd ich nicht! Möge die Toast beginnen! Tjaaaah! Ahh! 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 Aaaaaah! Ein würdiger Gegner! Aber wie gut bist du im Zweikampf? Auf Garten! Du bist völlig durchgeknallt, Mann. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Dann ist der Sieg mein. Ui, stolz die Hand, meine Lady. Niemals! Oh, Entschuldige. Ist alles okay? Hey! Aha! Tanz für mich, Hofner! Tanz! Schneller, Hofner! Schneller! Danke, Penny. Ja, 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 ja! Wo war es? Hör auf! Ich hör auf, wenn du mich küsst! Nein! Entschuldigung, schon gut. Nicht doch! Warte, 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 warte. Okay, weiter. Schon besser. Penny! Penny! Was? Wirf mir mein Schwert zu! Du meinst den Besenstiel? Ja! Ja! Ah! Bumble, können wir einfach das Referat machen, bitte? Ja! Nur noch eine Sekunde! Er wird langsam müde! Ich will hoffen, dass sie nicht hier irgendwo ist. Ich hasse dieses schäbige Viertel. Penny! Hey, halte dich wehren! Du wirst noch verletzt! Wenn du gewinnen würdest, dann müsste ich dir nicht helfen. Ich gewinn doch! Ich mach nur ne Verschnaufpause. Geh zur Seite, Frau! Ach, dieser kleine Freak schon wieder. Penny! Gut, du hast gewonnen. Tschau! Dad! Geht's euch Kindern gut? Alles bestens. Tausend Dank, Gumball. Du hast meiner Kleinen das Leben gerettet. Nicht zu glauben, dass ich dachte, du und deine Familie, ihr werdet ein Hauch... Was ist denn hier los? Nicole, komm doch mal her! Dieser Clown hat beinahe unser Kind überfahren! Was? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich will sie nie mehr in der Nähe meiner Familie sehen, klar? Hier! Ich werde für den Schaden... Ich will ihr Geld nicht! Sie kommen hier mit ihrem Angebot. Ich komme hier raus auf die Verande und alles ist hier so sehr gut. Aber... Ich mache den Mesh-Potato! Ich habe Durst! Hey, wie läuft dein Date? Ganz toll. Und deins? Hector ist nicht so richtig mein Typ. Gumball? Dieses Papierflugzeug, weißt du noch? Ähm... Ach ja! Willst du die Marmelade auf meinem Erdnussbutter-Sandwich sein? Ich hatte nicht so einen Hunger. Du Dummkopf! Ich war die Erdnussbutter. Was? Au! Und ich sollte die Marmelade sein, stimmt's? Du hast das tatsächlich nicht verstanden? Äh... Nein. Hey Tina, darf ich um den nächsten Tanz bitten? Du kannst schon um den bitten. Ah! Fertig! Darwin, du bist der beste Junge aller Zeiten! Wieso hast du eigentlich keine Freundin? Wozu bräuchte ich denn eine Freundin? Dafür! Jetzt ist mir alles klar. Ist mit ihm alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut. Äh... Penny? Ja? Ich habe darüber nachgedacht, ob... Na ja, bei der nächsten Party... Vielleicht könntest du da das Sandwich in meiner Erdnuss-Marmeladenbutter sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Gerne, Gumboll. Ich schätze, euer Dad ist hier. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl gehen. Komm schon, Kumpel. Danke für die Party! Ich liebe dich, Penny! Wieso habe ich das gesagt? Sag mal, kriegen wir denn wirklich nichts Besseres? Ich finde ihn wunderbar. Die neue finde ich sogar besser! Wer was? Penny? Oh nein! Ich liebe sie! Ich meine, liebe sie! Ich meine, mag sie! Ähm... Können wir bitte heimfahren? Und? Wie ist denn die Party für dich gewesen, Darwin? Tja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll, aber... Wie ist denn die Party für dich gewesen?